Weil wir nicht nur Mannschaftskollegen waren, sondern auch Wohnungskollegen waren, zwei Jahre lang. Und da kriegt man eine sehr enge Beziehung, wenn man jeden Tag miteinander zu tun hat, für zwei Jahre. Sag mal, so eine Marotte von Joshua, was hat dich immer genervt? Das war, in sein Zimmer reinzugehen und sehen, wie schön sein Zimmer aufgeräumt war und die Kissen dann schön gefaltet waren und so. Ich hab mir immer gedacht, er nimmt sich so viel Zeit, um sein Kissen noch perfekt hinzulegen, aber das ist halt Joshua.